So, da bin ich wieder und die Kamera hat sich ein wenig gesungt. Dann können wir mal jetzt richtig genau beobachten, wie geil das Outfit einfach nur ist. Ja, sieht schön aus. Willkommen zu meinem Haus. Willkommen zu meinem Haus. All diese grünen Gesichter schreien mich aus. Es ist wie ein Advertisement für Hölle. Okay, wir sollen jetzt herausfü- Ah! Ah, shit! Oh! Okay, das war der Fallste. Hoffen wir mal- Auch nicht. Doch! Das war der Erste. Oh Gott, nee. Ey, das Haus sieht brutal aus. Okay, entweder ich habe meine Wigge, aber dieses Raum hat... Hässlinge Finger. Der eine ganz rechts, der ist schon ready, Alter. Der will einen noch Rocky machen. So, du willst einen noch Rocky machen, kann das sein. Ey, alles ist verschwommen und ich sehe nichts und alles. Oh mein Gott. 4 Kacke, da fehlt nur einer. Aber ich habe auch keine Zeit jetzt. Was war'n das? Was ist das? Gott, was ist das denn für einer? Ah, okay, 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 finish move, finish move, huzzack, krack, boom, kanak, bak, bachak und so, ne? Oh Gott. Oh oh. Sind das Maschinengewehre oder Kameras? Ah, okay, ich muss... Es ist beides! Oh Gott, 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 Gott! Oh mein Gott! Oh, nicht noch mal. Oh, nicht noch mal. Hier sitzt aber ganz schön... Ist das Craven da? Ne, das ist irgendein WoW-Org. Links auf dem Bild grad eben. Ich würd's ja noch mal zeigen, aber ich bin schon vorbeigerannt. Und noch mal zurückrennen, ich will einfach nur aus dieser Stage raus. Und noch nicht schon wieder. Oh Gott. Ich nehm mal gleich den hier rechts. Was ist das so? Oh, mehr Gas. Besser find a way out of here before they're measuring me for a wooden kimono. Den hier. Oh Gott, komm her! Hoffentlich war's der Richtige. Nein. Oh je. Dann eben der hier noch mal. Auch nicht. Gott. Ich nehm mal den in der Mitte. Wähle sorgfältig. Jaaa. Oh. Nein. Fuck. Das sagt mir auch nix, oder? Ne. Oh mein Gott. Ich werd sterben, Leute. Ich werd sterben. Ja. Ähm. Ich hab echt keinen Dunst. Welcher von denen? Nee. Wieso auch? Bitte, bitte, bitte. Nein, auch nicht. Shit, ey. Dann die hier. Du musst es sein. Naja. Du musst es sein. Jawoll. Okay, die war's auch. Fein. Na, nicht schon wieder. Iiiiih. Iiiih. Iiiih. Nimm deine Käse. Füße weg. Oh Gott. Wie will ich eigentlich dabei leben? Ich hab keine Ahnung. Und zack. Meister Splinter. Nee, bitte nicht am Anfang. Ich glaube, er... Oh. Ich könnte nicht wegnehmen, was ich rauskriege. Zumindest nicht der Anfang. Ich hoffe es. Ich kann auch nur so weit gucken. Oh, wir sind der Porno immer hier. Scheiße. Da gibt's so ein... Das Ende von Turtles. Teenage Mutant Hero Turtles, ja. Da gibt's so ein geiles Lied am Ende. Ja, das fällt mir grad nicht ein. Was will ich überhaupt mit Turtles? Wir sind hier bei Spider-Man. Es ist der Hulk! Oh mein Gott! Zivi! Oh mein Gott! Äh, hinten kommt es! Okay. Ich dachte, ich muss... Wow! 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 Nicht schlecht! Nicht schlecht! Und hier nochmal. Oh mein Gott, bin ich ne geile Sache. Also das hab ich nicht ich gemacht grad immer, aber... Ich hab für Spider-Man gesprochen. Ich glaub, hier geht's ins Finale. Ich bin ein kleiner Inzakt. Do you know what I went through? Growing up in a cage. Children throwing sticks. Women screaming at the side of me. Who would deny me my vengeance against a world so full of hate? Only you. Well then, you can be my first sacrifice. Äh, ich muss auch, denke ich mal, hier hin. Aber es öffnet sich nicht. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Hallo? Nö. Wieso rennt er es nicht? Es schleicht wie eine Eins. Ah! Blind! Oh mein Gott! Hä? Hoffentlich ist das wirklich kein Fehler. Was ich vielleicht irgendwie... Musik läuft hier. Ich hab auch nur noch ein paar Minuten. Drücken kann ich nix. Ah, okay. Nö. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Oder soll. Ähm. Ich schlag vor, wir sehen uns sowieso gleich im nächsten Part. Und dann schließe ich das auch hoffentlich ab. Weil ich hab echt gar keinen Bock mehr drauf. Ich hoffe, das ist wirklich jetzt kein Fehler vom Spiel. Ich komm da nirgends durch. Ich kann auch nix drücken. Ich drücke hier alles, aber passiert nichts. Hier kann ich auch nix drücken. Vielleicht muss ich so den Rücken umkehren. Guck mal, ich guck nicht hin. Kannst mich schnappen. Auch nicht. Nee. Hm. Ja, ich denke mal, das ist ein Fehler vom Spiel. Naja. Was soll's. Äh, ich guck einfach nochmal ganz kurz. Nee. Passiert nix. Ja, ich guck einfach mal ganz kurz nochmal. Und dann, äh... Sehen wir uns gleich wieder, ne? So... Ja.